Was geht denn mit den Leuten ab? Alter, was? Was ist denn das? Hier stimmt einfach alles. Komm, setz dich drauf, Julia. Setz dich drauf. In Ordnung, in Ordnung, Bernie. Ich setz mich ja schon drauf. Ja, ich wusste, dass du mich verstehst. Und damit herzlich willkommen zu dieser längst überfälligen Sonderausgabe des Internetarztes. Ich habe mit der Macht des Internets dieses, ich will es gar nicht Spiel nennen, Julias Abenteuer im Reiterland gefunden und habe stückchenweise meinen Verstand verloren. Was, zweimal Rocky? Moment. Rocky? Och nö. Alter! Ich schwebe! Ich schwebe! Da füttert sich das doch hier viel schneller. Es ist so dumm. Oh Gott, ey. Okay, gibt es jetzt hier zwei Rockys? Es gibt halt wirklich zwei Rockys, Mann. Alter, wenn ich das bei jedem scheiß Pferd jetzt machen muss. Klasse. Das erste Pferd ist sauber. Putze alle Pferde und komme dann zurück zu mir in den Geräteraum. Oh, was ist das denn? Ah, was? Dieses Quality Gameplay, Alter. Oh, was? Je länger ich spielte, desto mehr konnte man mir dabei zusehen, wie ich das letzte bisschen geistige Gesundheit verliere. Könnt ihr mich einmal kurz opfern, damit Satan kommt? Doch wieder erwarten habe ich es geschafft, dieses Spiel durchzuspielen. Doch was das große Finale für uns alle bereit hielt, das vermochte keiner zu erahnen. Alter, was? Was? Amikai, Alter, was? Was? Was ist das? Alter, das ist das Allerletzte, was ich jetzt vermute, denn, Alter. Wie gut. Was ist das denn, Alter? Was? Und es hört einfach nicht auf, Mann. Der Perni, Alter, dem guckt der Schwanz aus der Hose. Was geht? Was geht denn mit den Leuten ab, Alter, was? Was ist denn das? Was ist... Was geht denn mit dem, Alter, die Augen? Doch auf dem Weg dorthin wurde nicht nur ich gebrochen. Oh, fuck off, Mann. Wie komme ich denn jetzt da hin? Was? 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 Alter, dieser Track-Song, Mann. Doch genau dieser Track-Song sollte es sein, der in der besten Community der Welt den Nostarafikis absoluten Kultstatus erreichen sollte. Es hat dann nicht weiter geholfen, dass ich den Entwickler kontaktiert habe und der mir die Originaldatei sowie ein Instrumental geschickt hat, wodurch dann Folgendes entstanden ist, wofür ich mich präventiv entschuldigen möchte. Wir haben ein bisschen Musik, 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 Reiner's World. Du, komm, komm, ich zeige dir den Weg in ein Land, wo alle Pferde glücklich sind. Komm zu uns, komm, komm zu uns ins Weiterland. Sei da bei den Weiterland, du bist frei im Weiterland. Komm zu uns, komm zu uns ins Weiterland, nie allein im Weiterland. Alle Pferde warten nur auf dich Du, ja jetzt hast du es geschafft Und so glücklich wie noch nie Bleibst du durch das Blatt Du bist jetzt frei wie der Wind In dem Land, wo alle Pferde glücklich sind Komm zu uns, komm zu uns ins Reiterland Sei dabei im Reiterland Du bist frei im Reiterland Komm zu uns, komm zu uns ins Reiterland Nie allein im Reiterland Alle Pferde warten nur auf dich Mein Pferd, ich vertraue dir total Du bist einfach wunderbar Du bist alles für mich Ich brauche dich Komm zu uns ins Reiterland Sei dabei im Reiterland Du bist frei im Reiterland Komm zu uns, komm zu uns ins Reiterland Komm zu uns ins Reiterland Nie allein im Reiterland Alle Pferde warten nur auf dich Komm zu uns ins Reiterland Sei dabei im Reiterland Du bist frei im Reiterland And du bist frei im Reiterland Komm zu uns ins Reiterland Komm zu uns ins Reiterland Sei dabei im Reiterland Alle Pferde warten nur auf dich Ja, 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 ja.